Ich mache heute die 5 Medallion Challenge in Fortnite. Das bedeutet, ich versuche im Solo an alle Medallions zu kommen, die gerade irgendwie verteilt auf der Map liegen. Sind alle Medallions in meinem Inventar, habe ich die Challenge geschafft. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und let's go. Okay, dann werden wir zuerst das hier holen, werden dann hier rüber gehen und dann gucken. Ich weiß noch nicht, was die beste Route dafür ist. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Ist hier jemand? Hier sind halt Bots, ne? Hä, der ist rausgesprungen. Oh, ist es ein Spieler? Ist es ein Spieler? Ist es ein Spieler? Ja, 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 okay, ja, ja. Da hatten wir jetzt beim ersten Versuch erstmal kein einziges geschafft. Als erstes holen wir uns die Medaille vom Löwen. Wie funktioniert der Schneemann? Schneemann, verstecken. Was ist das denn? Einfach ein Schneemann. Ich glaube, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass das ein Gegner ist, oder? Halt denken, ja, okay. Halt ein Schneemann. Da, wilde Action. Kuss. Kuss. Danke, dass du dich geopfert hast. Ja, ja, okay, gib, gib. Gucken jetzt, dass wir hier hinkommen. Das scheint keiner geholt zu haben. Wir gucken auf der Karte, ob es noch da ist. Ja, die Zone kommt da aber auch jeden Moment. Das dürfen wir nicht vergessen. Hoch, Geländewagen. Geländemodus, Sportmodus, an. Allrad. Okay, jetzt müssen wir den halt schnell finden. Wo bist du? Da, da. Er stirbt, er stirbt einfach, oder? Ja. Okay, Jackpot. Äh, sammeln wir ein. Hä, das könnte voll die Strategie sein, wenn die einfach instant down gehen in der Zone. Okay, wir packen den Wagen. Let's go. Ah, das ist ein richtiger Gegner, das ist ein richtiger Gegner. Nein, nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Junge, von mir aus ertrink ich. Ist mir kackegal. Okay, zwei von fünf Medaillen. Let's go. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, so vielen, so viel, äh, so vielen Kämpfen wie möglich aus dem Weg zu gehen. Ich brauche ja auch gar kein Blue Life, wenn ich die Medaillen habe, right? Das Visier ist halt voll scheiße. Ach, das ist die, das ist die, das ist die, das ist die, das ist die. Ja, 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 ja. Drei Medaillen von fünf. Hör mal, plötzlich läuft's doch echt richtig gut. So. Fahren wir mal. Ah, da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Oh, oh, oh ne. Oh ne. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich glaube, das ist die gleiche von eben. Da ist noch ein Gegner. Okay, die kämpfen da auf jeden Fall. Oh, gute Hits. Der müsste eigentlich down sein. Oder? Ja, der ist down. Kann man die nachträglich aufheben? Ich weiß halt nicht, wo, wo die waren. Ich habe das Gefühl, hier ist noch eine. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Da ist ein G-Wagon, da ist der drin. Da ist der drin. Okay, Auto kommt, Auto kommt. Nein! Das war aber nicht schlecht. Das war wirklich kein schlechter Versuch. Hier ist komplett scheiße, weil hier nirgendwo Fahrzeuge sind. Das heißt, hier kann man landen. Hier landen und dann Pita aufsammeln. Ja, fahr. Ja, schneller. Hier werden hundertprozentig andere Gegner sein. Wie läufst du? Wie läufst du? Wo? Wo? Bots? Wieso Bots? Wieso sind die Bots auf mir? Wieso wollen die was? Das ist der Endgegner. Das ist der Endgegner. Ich bin doch gar nicht bereit für dich. Egal. Okay. First time down. Hier zippt aber auch jemand. Hier zippt jemand. Wir sind... Das ist dumm, jetzt hier gerade anzugreifen. Ich weiß, wo der ist. Der ist da hinten. Da hinten ist der. Den muss ich erstmal kalt machen. Der ist eine Gefahr. Der ist zu gefährlich. Also der ist jetzt in dem Sinne nicht gefährlich gewesen. Aber checkt ihr. Die wird gerade attackiert. Oh! Oh! Ja! Okay. Wie sieht's aus? Peter wurde nicht geholt und da wurde nicht geholt. Das heißt, wir gehen jetzt zu Peter Griffin. Wir brauchen hundertprozentig ein Automobil, weil sonst kommen wir da nicht mehr weg. Oh, Gegner. Gegner vor mir. Gegner weggerammt. Ist mir egal. Den brauch ich nicht. Echt? Willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Ich muss mich aufwärmen für die anderen Gegner. Aufgewärmt. Okay, noch 26 Sekunden. Uh, uh, uh. Das heißt, einfach nur einsammeln. So. Da. Unter uns, unter uns. Da. Da, 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 da. Da. Hä, der stirbt ja gar nicht. Ich dachte, der stirbt in der Zone. Okay. Erste Maßnahme erfüllt. So, weiter geht's. Okay. Dann. 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 So, gib mir deine Karte. Ah, hier ist unser G-Wagon. So. Rückwärts, vorwärts, nirgendwo andotzen. Profifahrer. Okay. So. Heilen. Heilen. Auf die Karte gucken. Oh, die ist weg. Da oben, die ist noch da. Boah, vielleicht müssen... Ja, wir müssen da hoch. Mann, man muss hier so Meter machen. Ja, hier wird gekämpft. Ist aber keiner, der irgendwas hat. Das heißt, das ignoriere ich einfach. Ihr könnt mir egal sein. Junge, da hinten hin müssen wir. Da ist eine Brücke. Wenn wir da ankommen, damit wir sofort wieder rauslaufen können. Oh, ich hab mein Auto geschrottet. Wir müssen halt so schnell wie möglich sein. So. Okay, einer Ticks. Einer Ticks halten wir lange aus. Schön hier hin. Ah, gefällt. Ja. Läuft der draußen rum? Der läuft auch safe drinnen rum. Ist es da beim Weißen? Ist das Weiße das, was da immer... Okay. Komm. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Oh, oh. Oh, oh. Ja. Okay, wir sind raus. Alter, wir haben es geschafft, Chat. Damit haben wir drei von fünf und wirklich, wirklich schwierige geholt. Die anderen beiden sind Gegner. Aber wir sind richtig scheiße ausgerüstet. Wir werden die nicht einfach auf der Map finden. Ah, doch, da. Hier liegt eins? Okay. Okay, äh, wo? Da. Da in die Richtung muss ich. Da ist jemand gierig. Da möchte jemand das gleiche haben, was ich haben möchte. Bleib weg. Bleib einfach weg. Okay, wo liegt? Wo liegt? Oben? Oben irgendwo? Hier. Eingesammelt. Eingesammelt. Vier von zehn. Vier von fünf. Vier von fünf. Liegt da noch eins? Oder warum geht das nicht weg? Okay. Was? Hier liegt noch irgendwas. Safe. Ist der einfach draufgegangen vorm Geschützturm? Alter, wie todespeinlich. Wie peinlich. Oh nein, wie peinlich für ihn. Warum ist hier was Weißes? Wisst ihr, was ich meine? Hier ist doch irgendwo noch was. Was macht dieser weiße Kreis? Der signalisiert uns doch. Hey, hier liegt eine Münze. Das ist jetzt zweimal so gewesen. Aber hier liegt nichts mehr. Oder übersehe ich was? Ich habe die ganze Zeit was übersehen. Ich habe die ganze Zeit was übersehen. Wir haben alle fünf. Wir haben alle fünf. Junge, das ist die Challenge gewesen. Wir haben alle fünf Medaillen. Alle fünf Medaillons. Ich muss hier weg. Solo Challenge. Alle fünf Medaillons. In einem Game. Hier sind sie. Was wir für ein Glück haben, dass an der gleichen Stelle einfach beide Medaillons lagen. Ja, wir spielen das natürlich jetzt hier noch zu Ende. Das Problem ist, ich bin völlig... Also ich bin... Die sehen mich. Die wissen genau, wo ich bin. Aber ich werde die Dinger jetzt auch nicht ablegen. Hör mal, wenn ich draufgehe, dann gehe ich mit den Dingern drauf. Soll sich der Nächste freuen? Junge, der tötet mich. Auf einmal fallen alle fünf raus. Der ist so, yo. Was geht denn jetzt ab? Oh, Schritte bei mir. Schritte bei mir. Da läuft jemand. Ah. Okay. Okay. Okay, cool. Okay, cool. Eins gegen eins. Ich habe alle fünf Medaillons. Huh. Der muss hier jetzt links oder rechts irgendwo lang kommen. Die Zone müsste eigentlich zu viel Schaden machen, als dass er das... Aushalt... Aushalten würde. Ah. Ah. Wo ist der? Da. Was? 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 Krass, Junge. Epischer Sieg. Bloß Challenge geschafft, Junge. Was ist das für eine Runde? Heilige Scheiße. Ich habe einen epischen Sieg geholt und alle fünf Medaillons in meiner Tasche. Damit bin ich... Damit bin ich eine lebende Legende geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Kommentiert, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Buscher Sieg. Lasst nicht nur dieziggeschreolate. Och diek deliveriesk предhel dostęp. progressively schreuerl. Hier soldat.